Einen Bilderbuch-Karibik-Strand können die Gäste des Clubs Tulum genießen. Gedränge gibt es auf dem weißen Sand nie. Schließlich ist das Gelände 450.000 Quadratmeter groß. Eine der schönsten Clubanlagen überhaupt. Die großzügigen Zimmer werden clubmäßig nicht pro Nacht, sondern im All-Inclusive-Paket angeboten. Dafür hat jeder jede Menge Platz. Sogar im Hotelpool. Ganz im mexikanischen Stil gehalten, präsentiert sich das Las Palapas im Herzen von Playa del Carmen. Palapas heißt frei übersetzt palmengedeckter Bungalow. Ein traditioneller Häuserstil der Mexikaner. Schmuckstück sind die Beachfront-Bungalows. Urlauber werden hier jeden Morgen vom Meeresrauschen geweckt. Für Taucher und Rucksack-Touristen bietet die Riviera Maya auch preiswerte Unterkünfte. Discover Mexico Diving vermittelt zum Beispiel die acht Zimmer im El Maison. Die Doppelzimmer sind einfach, aber sauber. Wer gleichzeitig einen Tauchkurs bucht, bekommt einen Spezialpreis. Wenige Kilometer weiter liegt das Grand Palladium White Sand Resort & Spa, eine All-Inclusive-Anlage mit riesigem Pool. Die dreistöckigen Bauwerke bieten freundliche Standardzimmer. Die Bungalows liegen zwar eine Kategorie höher, aber dafür auch direkt am Wasser. In Playa del Carmen, nur wenige Schritte vom Meer entfernt, steht das skurrile Fünf-Sterne-Design-Hotel Basico. Das puristische und ungewöhnliche Ambiente beginnt bereits in der schlauchförmigen Lobby. Auf vier Stockwerken locken die 15 mit Frauennamen benannten Zimmer vor allem junge Paare an. Kinder sind nicht erwünscht. Auf dem Dach des Hauses lädt eine große Terrasse mit Bar zum ungestörten Relaxen ein. Das Rio Palace von Playa del Carmen. Das Fünf-Sterne-Haus im mondänen Stil einer mexikanischen Hacienda legt Wert auf prachtvolle Ausstattung. In der Lobby genauso wie in den acht verschiedenen Bars und Restaurants des Rio Palace. Die Anlage hat Platz für über 400 Zimmer der Kategorien Edel und Nobel. Dafür ist aber auch hier alles inklusive. In Tulum, rund 30 Autominuten von Playa del Carmen entfernt, liegt idyllisch und ruhig das El Dorado Seaside Suites. Die weitläufige Anlage bietet 200 strandnahe Zimmer in doppelstöckigen Gebäuden. Die geräumigen Suiten gibt's mit All-Inclusive-Verpflegung. Der Reef Club in Playa del Carmen ist ein modernes Hotel mit eigenem Mini-Urwald. Darin verstecken sich über 200 Zimmer. Alles inklusive, auch der einmalige Blick über den Pool und das Karibische Meer. Die Architekten haben die Anlage übrigens im Stil eines mexikanischen Dorfes gebaut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020